Herzlichen Dank an Kapeller Rebeller. Jetzt gibt es noch einen kurzen Terminblock und dann geht es los. Jetzt kommt das Gedimmel egal. Die Buchvorstellung von Daniela Dahn, morgen am 13. Mai um 20 Uhr im Forum 3. Heute in Lilo und morgen in Cannstatt gibt es Veranstaltungen, die sich mit dem Thema Ukraine beschäftigen. Da könnt ihr euch gerne informieren. Am kommenden Samstag, den 17. Mai, gibt es zwei Demos. Eine in Karlsruhe zum Thema Justiz im Namen der Politik, Fragezeichen. 11 Uhr am Karlsruher Bahnhof. Die andere Demo am kommenden Samstag ist im Rahmen der Procupy-Aktion unter dem Motto Macht Europa anders? Europa von unten in Stuttgart. Beginn ist 12 Uhr an der Lautenschlagerstraße. Am Sonntag, den 18. Mai, findet bei dem vom Abriss bedrohten Holzsteg am Neckarufer in Cannstatt eine Kulturveranstaltung statt. Von halb zwölf bis drei. Wer Lust hat, am Mittwoch nach Berlin mitzufahren zum Schwabenstreich, es gibt noch zwei Freikarten, da mögen sich bitte schnell hier von euch aus gesehen rechts von der Bühne einfinden und Henning Zierock treffen. Wie gesagt, zwei Karten sind zu vergeben. Das waren die Termine. Die nächste Montagsdemo findet wieder hier statt mit dem Stadtplaner Heißenbüttel. Und wir suchen noch Leute, die jetzt das Frontbanner mittragen. Und dann geht der Zug in Richtung IHK über Schlossplatz und Goldstraße zur Jägerstraße. Und dort findet zum Abschluss der Schwabenstreich statt. Los geht's. Vielen Dank.